das heißt wer davon trinkt sollte auch den helm dazu tragen können oder wir müssen halt furchtbaren vorher wirken so ich fühle mich wenn das euer wunsch ist so dann wird man wieder ein bisschen gebufft steinhaut schild kleinere kugelung verwundbarkeit hilft auch stärker auf ihn dann eine hast vielleicht noch ein gebet sollte fast schon reichen so und da tauchen die dämonen auf ach so die eben waren trug bilder die durch fallen beschworen wurden der portationsschlüssel stein ihr habt die geisterhafte glühweite dieses schlüsselsteins schon irgendwo in diesem ton gesehen gut was wir das haben worum geht es diesmal ja wie ihr wünscht und jetzt bin ich verlangsamt wegen schlüssel stein ja die wiegen was wie kann ich wie ihr wünscht so gehen wir mal zwei stück ab dafür jetzt bin ich auf jeden fall auf die andere seite noch ein teleportationsschlüssel stein ja wobei nehmen wir beide mal mit geben noch einen an sie ab für wenn das euer wunsch ist ihr hornoxen was habt ihr denn geglaubt was ihr tut au einfach nur au habe ich den zweiten teleportationsschlüssel stein jetzt ihr braucht nur zu fragen wie kann ich helfen ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern ich will mich erstmal in anderen abteilungen hier umsehen wir haben ja hier aufgemacht und hier aufgemacht du lachs turm ist halt du lachs turm die sich nicht die feuerweinbrücke wo man sich durch zwei dutzend fallen und doch mal doppelt so viele kobolde durchhauen muss und am schluss nen urgott marcus zu töten nein das ding ist voller rätsel worum geht es wie ihr wünscht wir sind ja nicht so jetzt müssten eigentlich alle genau max erfahrung haben okay da sind wir wieder irgendwie hat gerade das spiel meinen gesamten pc zum absturz gebracht ich schiebe es jetzt einfach mal auf das spiel und das hier ist unser letzter quicksave wie kann ich helfen ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern mal gucken ob der raum das spiel gleich nochmal zum absturz bringt meinen ganzen pc wäre ein bisschen unpraktisch wenn das euer wunsch ist oh drachenstatuen okay wenn das euer wunsch ist wenn das euer wunsch ist wenn das euer wunsch ist zeigt mir die fallen und dann und dann und dann und dann und dann Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Okay. Lasst sie uns ordentlich verbrechen! Das ist dieses Mal keine normalen Doppelkinder. Aber es waren auf jeden Fall Nervensägen. Hm. 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 Wenn das euer Wunsch ist. Okay, noch mehr Firmen-Boltz und ähm... Ja, ihr braucht nur zu fragen. Andere. So. Okay. Ich glaube, die Steinbrücke war die gefährlichste, weil sie voller Fallen war. Geld und zwei Zauber. Den kannst du schon. Und du auch? Für wenn das alles... Wie kann ich helfen? Wie ihr Wünscht. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum... Ja? Wie ihr Wünscht. Das ist Schutz vor dem Bösen im Radius. Okay, brauchen wir gerade auch nicht. Ich fühle mich so sehr, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, die Brücken scheinen uns sicher. Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Das hier sieht jedoch nicht sonderlich sicher aus. Worum geht es wie ihr wünscht? Oh, bei Safana ist auch das... Feinentdecken abgeklungen. Für auch, wenn das euer Wunsch ist. Allerdings ist hier wirklich keine Falle. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Irgendwann wird aber mal wieder eine kommen. Alles gut, wir haben schon alles aufgedeckt. Bis auf das Fitzelchen und hier oben... ...den Raum voller Fallen. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Den Abwehrtank wollte ich eigentlich nicht nehmen mit ihr. Egal, jetzt hat sie ihn drauf. Ja? Ja, mein Schatz. So dumm sein. Mit Vergnügen. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu frei. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Okay. Zwergen, Schicksalswachen. Zwergen, Schicksalswachen. Und Hügelriesen-Stärke. Das ist Steinriesen-Stärke. Gut. Und ja, ich weiß, wenn ich das... Okay, die Treppe ist geschützt. Tanzt mit den Toten. Ja, ich glaube, da geht's da oben hin. Und da stecken wieder zwei ineinander. Das ist übrigens beim Original noch nie passiert. Und hier passiert's mir andauernd. Also ja, ich will mich erstmal hier oben fertig umschauen. Schätzchen. Muss ich's doch, hier sind Fallen. Ja, mein Sch... Mit Vergnügen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Für aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es das? Jetzt hatte ich die Lage. Ja? Oh, verschwimmen können wir noch nicht mal, ne? Zeit, das jetzt mal zu lernen. Worum geht es diesmal? Tanz mit den Toten, ja. Haben wir doch gerade. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen.